Moinsen und herzlich willkommen zum zweiten Versuch der iPhone-Reparatur. Heute soll beim iPhone 5 nochmal das Sensorkabel getauscht werden. Bei dem iPhone hatte ich ja schon den Akku und die Hörmuschel ausgetauscht, weil der Akku platt war, also einfach viel zu kurze Laufzeit, und die Hörmuschel, weil man seinen Gesprächspartner beim Telefonieren nicht verstehen konnte. Das heißt, dieser kleine Lautsprecher hier oben, den man sich ans Ohr hält, hat halt nicht mehr funktioniert. Und wenn ihr das Video gesehen habt, dann habt ihr mitbekommen, dass der Austausch der Hörmuschel halt nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat. Es gab unter dem Video aber noch einen ganz netten Kommentar vom Weihnachtsmann. Der hat mich darauf hingewiesen, dass man ja bei dem iPhone 5 ein Akku-Austauschprogramm hat und den Akku auch hätte kostenlos tauschen können. Das habe ich leider vergessen im Video zu erwähnen, das war uns bewusst, aber das iPhone war leider nicht qualifiziert dafür. Das heißt, die Seriennummer war halt nicht in dieser Charge drin, die halt da einen kostenlosen Akkutausch bekommt. Der Akkutausch selber hat ja auch gut funktioniert, und bei der Hörmuschel war ja am Ende das so, dass es halt nicht funktioniert hat. Und da gibt es dann mehrere Möglichkeiten, wenn der Tausch der Hörmuschel halt nichts bringt. Entweder ist es das Kabel zwischen der Hörmuschel und der Hauptplatine, es könnte aber auch ein Schaden auf der Hauptplatine sein, darauf wurde ich später noch hingewiesen. Es kann aber auch sein, dass unten diese Kopfhörerbuchse die ganze Zeit denkt, es werden Kopfhörer eingesteckt, und deswegen funktioniert die Hörmuschel dann oben nicht. Dass es nicht die Kopfhörerbuchse ist, lässt sich relativ leicht herausfinden. Wenn man nämlich die Lautstärketaste rauf-runter drückt, würde halt Kopfhörer im Display mit angezeigt werden. Und das war halt bei dem Gerät nicht der Fall. Das heißt, es war in dem Fall jetzt nicht die Kopfhörerbuchse. Da hat mich auch jemand darauf hingewiesen. Dann gab es aber neben dem Weihnachtsmann noch ein anderes Team, was sich gemeldet hat, und zwar das Reparaturteam von iDoc. Die sind nämlich auf mein Video aufmerksam geworden und haben gesagt, ist ja nett, dass du die Teile bei uns gekauft hast. Schade, dass das nicht geklappt hat mit dem Reparieren von deinem Telefon. Wir würden dir aber gerne kostenlosen Sensorkabel stellen. Und dann kannst du ja mal gucken, ob du es damit repariert bekommst. Die hatten auch keine Ansprüche gestellt, im Sinne von machen Video oder so, sondern haben einfach geschrieben, wenn du willst, schicken wir den Sensorkabel. Dann kannst du mal gucken. Und da dachte ich, das ist halt ein Angebot, das könnte ich durchaus mal annehmen. Weil meine Freundin hat ja gesagt, nee, ich will nicht noch mal Geld ausgeben für ein Sensorkabel. Ich lebe halt lieber mit dem Defekt. Was mich persönlich so ein bisschen puzzelt, weil man will ja herausfinden, woran es jetzt gelegen hat. Das heißt, wir werden jetzt in diesem Video bei dem iPhone das Sensorkabel tauschen. Und dann, also Sensorkabel heißt einfach dieses Kabel, was die Frontkamera, den Annäherungssensor, das Umgebungsmikrofon und halt die Hörmuschel mit der Platine verbindet. Das nennt sich einfach, kurz gesagt, Sensorkabel. Man kann es auch Hörmuschelkabel nennen oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird das jetzt beim iPhone ausgetauscht. Und ich dachte mir, das könnt ihr euch wieder mit anschauen. Wenn ihr das mal austauschen müsst, könnt ihr dann entsprechend diese Videoanleitung benutzen, um euer Telefon denn damit auch zu reparieren. In diesem Sinne würde ich sagen, gar nicht weiter quatschen, anfangen zu schrauben. Bevor es losgeht, ist natürlich erstmal der Arbeitsplatz herzurichten. Neben dem Werkzeug, was ihr hier schon so seht, ist ein genereller Tipp von mir, macht es nicht zu warm im Raum, sonst schwitzt ihr und Schweiß führt auf den Platinchen zu Korrosion oder auf den Steckerchen. Und das kann dann dazu führen, dass das Gerät noch kaputter ist als vorher. Noch kaputter als vorher ist ein gutes Stichwort. Antistatikschutz ist auch wichtig. Das heißt, man sollte sich so ein Erdungsarmband besorgen, nach Möglichkeit, wenn man sowas häufiger macht. Die sind nicht teuer, kosten so 8 Euro. Wenn man das mit so einer Matte kombiniert, wie ich sie hier habe, dann ist man insgesamt, glaube ich, bei 19 Euro in etwa. Ich suche da mal was raus und packe euch die Links in die Beschreibung. Aber das ist alles für kleines Geld zu haben. Und auch Werkzeug-Sets gibt es schon so ab 10 Euro. Da muss man nicht das Größte von iFixit nehmen für 50, 60 Euro, sondern man kann da auch was Günstiges nehmen. Das reicht. Wichtig ist halt vor allem, dass da so ein Pentalob-Schraubendreher dabei ist. Ansonsten kriegt ihr das Gerät nämlich gar nicht auf. Aber mit so einem günstigen Werkzeug-Set für 10 bis 11 Euro plus halt ein Erdungsarmband ist man für unter 20 Euro dabei und hat halt Werkzeug, was man gut und gerne für mindestens ein Dutzend Reparaturen einsetzen kann. An Werkzeug habe ich jetzt konkret hier Hebelwerkzeuge zum Abmachen zum Beispiel von Steckern von der Platine, Plektrum zum Aufmachen vom Gehäuse, daneben dann noch ein größeres Hebelwerkzeug zum Beispiel für Akku, brauchen wir jetzt heute nicht, aber einfach so. Einen kleinen Greifer zum Greifen von Schrauben, wenn die irgendwo reingefallen sind. Feine Schraubendreher mit Philips, der Pentalob-Schraubendreher, hier ist jetzt nochmal ein Hebelwerkzeug, das ist halt irgendwo nochmal dazugekommen, Pinzette zum Greifen von Sachen und nochmal so ein Saugnauf natürlich, um das Gehäuse aufzukriegen. Ich schaffe den jetzt hier erstmal ein bisschen Ordnung und dann geht es gleich los. Zuallererst nehmen wir mal das Gerät aus der Schutzhülle, die jetzt hier dabei ist, raus und machen das erstmal sauber, damit wir das Fett und den Staub, der da jetzt rum noch dran ist, nicht nachher ins Gerät hinein befördern, sondern vom Gerät entfernen. Und dann natürlich als nächsten Schritt das Gerät ausschalten, damit es dann auch nicht irgendwo noch unter Spannung steht, bevor wir den Akku trennen. Vor dem Öffnen des Gehäuses müssen nur die beiden kleinen Pentalob-Schrauben unten rausgedreht werden und danach können wir dann den Saugnapf ansetzen. Beim Öffnen mit dem Saugnapf kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie lange das Gerät schon verschlossen ist, wenn man jetzt so ein Gerät vor sich hat, was drei oder vier Jahre nicht geöffnet wurde, also im Prinzip im Berg verschlossen wurde und seitdem irgendwie die Gegend gewandert ist, ist es manchmal extrem schwer, das Gerät aufzukriegen. Das hatten wir hier bei dem Telefon auch beim ersten Video vor drei oder vier Wochen gesehen. Jetzt war das Gerät ja kürzlich auf, da geht das dann natürlich bedeutend leichter. Plock, und da ist es auch schon auf. So schnell kann es gehen, wenn das Gerät halt erst kürzlich geöffnet war. Die Vorderseite vom Gerät dann nur ganz langsam und vorsichtig anheben. Da sind nämlich hinten noch die Flachbandkabel, die das Oberteil mit dem restlichen Gerät verbinden. und die möchte man ja keinesfalls beschädigen. Erste Handreichung für mich aber ist jetzt in dem Fall immer, ich mache den Akku ab, weil immer, wenn man da irgendwie die Verbindung zwischen einzelnen Bauteilen trennt und der Akku ist noch dran, kann das halt später zu erheblichen Softwareproblemen führen, weil das Gerät dann einfach völlig verwirrt ist. Und von daher, auch wenn es ausgeschaltet ist, erst mal den Akku machen, dann kann man auch wenig kurz schließen. Von daher Akku abmachen ist immer eine gute Geschichte, wenn man da jetzt irgendwas an- und abbauen möchte. Bei den Schrauben hier von der Abdeckung geht es auch schon los. Die sind unterschiedlich lang. Meine Empfehlung ist daher, packt jede Schraube einzeln irgendwo hin, beziehungsweise legt die Schrauben irgendwie so zu den Teilen, die ihr ausbaut, dass ihr genau wisst, wo sie wieder reinkommen. Weil wenn man unterschiedlich lange Schrauben nachher in die falschen Löcher reindrückt, dann kann man schnell was beschädigen. Beim iPhone 5 ist es jetzt nicht ganz so häufig, dass man da was kaputt macht, aber beim iPhone 5S zum Beispiel gibt es eine Schraube, wenn man die halt vertauscht, dann schraubt sie wieder rein, dann hat man danach das Gerät halt ruiniert, beziehungsweise muss es dann zum Platine-Neuverlöten geben, weil dann Leiterbahnen in der Platine zerdrückt werden. Von daher wirklich jede Schraube muss an den Ort nachher später zurück, wo ihr sie rausgedreht habt. Ihr seht es den Schrauben unter Umständen nicht anders, die in 10 mm länger oder kürzer sind. Geht da kein Risiko ein. Sortiert euch gut, packt die Schrauben so weg, dass ihr auf jeden Fall die Schraube wieder ins richtige Loch nachher befördert. Wenn die Schrauben rausgedreht sind, könnt ihr diese kleine Metallabdeckung, die hier den Stecker sichert, entfernen. Wenn die Abdeckung ab ist, könnt ihr hier mit so einem kleinen Plastikwerkzeug den Stecker von der Platine lösen. Passt auf, wo ihr da hebelt. Ihr wollt nicht auf der Platine rumhebeln, ihr wollt wirklich nur den Stecker von der Platine ablösen. Da muss man in der Regel nur im richtigen Winkel drunter haken, ein bisschen nach oben ziehen und dann löst sich der Stecker auch schon. In meinem Fall, hier sitzt der Stecker jetzt irgendwie doch ziemlich fest. Der nächste Schritt ist dann das Lösen der Abdeckung oben für die drei Kabel zur Oberseite vom Telefon. Diese drei Kabel sind einmal das Sensorkabel, was gleichzeitig auch den Annäherungssensor, das Umgebungsmikrofon und die Frontkamera sowie die Hörmuschel ansteuert. Das nennt sich Sensorkabel und dann natürlich auch noch das Kabel fürs Display und für den Digitizer, also für den Touchscreen vereinfacht gesagt. Und um an die Kabel ranzukommen, müssen wir jetzt hier oben die Abdeckung lösen. Hier sind es auch wieder drei Schrauben. Eine dieser Schrauben ist nicht magnetisch. Das ist die Schraube, die nachher ins obere Loch reingehört. Auch hier gilt wieder, jede Schraube kommt an ihren Platz wieder zurück. Die hier in dem Fall nicht magnetische Schraube ist dann auch gleich die, die beim iPhone 5S die ganz gefährliche ist, aber auch hier bei dem Telefon nicht die Schrauben vertauschen. Auch beim Fünfer muss man da schon vorsichtig sein. Die Metallabdeckung selbst hat auf der linken Seite einen Haken. Das heißt, ihr hebt sie am besten auf der rechten Seite an, dann könnt ihr sie am leichtesten abnehmen. Dieser Haken, den müsst ihr natürlich auch beim Zusammenbau später berücksichtigen, weil wenn ihr den nicht richtig einhakt, habt ihr das Telefon dann nicht richtig zusammengebaut. Das kann vom Lösen von Kabeln, was dann passieren kann, bis zu einer Beschädigung des Akkus reichen, wenn halt die scharfen Kanten den Akku dann reindrücken. Von daher auf jeden Fall hier nachher den Haken wieder einhaken. Aber das sage ich dann auch im Zusammenbau nachher später. Wenn die Metallabdeckung abgenommen wurde, können wir jetzt hier die Kabel lösen. Auch hier gehen wir einfach wieder mit einem Tool aus Plastik unter diese Kante vom Stecker, heben das leicht an und dann löst sich der Stecker auch schon. Die Reihenfolge ist jetzt hier nicht wichtig, aber es bietet sich natürlich an, zuerst das Kabel zu lösen, was oben liegt. Das heißt, wir arbeiten uns jetzt hier von rechts nach links vor, lösen nach und nach die Kabel. Dann können wir die Oberseite abnehmen und können dann an der Oberseite das Sensorkabel tauschen. Mal ein bisschen näher herangesoomt, sehen wir jetzt hier die Abdeckung und darunter die Hörmuschel in der Mitte. Eingefasst das Ganze von zwei Schrauben. Die Schrauben sind wieder unterschiedlich lang. Das heißt, hier auch aufpassen, dass man die nicht vertauscht. Man sieht leider jetzt hier auch so ein Negativbeispiel. Da hat irgendwer mit fettigen, schwitzigen Fingern an dem Gerät rumgearbeitet. Mea culpa. Das kommt davon, wenn man einfach zu viel Licht anmacht, weil man dann ein schönes Video aufnehmen möchte. Dann kommt man nämlich ins Schwitzen und das hat genau diesen negativen Effekt, dass man hier jetzt halt überall denn die Abdrücke sieht. In dem Sinne, befolgt mein Rat, macht es euch nicht zu warm, sodass ihr da auch denn möglichst schweißfrei an dem Gerät arbeiten könnt. Wenn die Hörmuschel beiseite geschafft wurde, sehen wir jetzt hier die beiden Kontakte für die Hörmuschel. Und diese beiden Kontakte gehören auch schon zu diesem Sensorkabel. Das Sensorkabel ist an der Stelle verklebt. Das heißt, wir nehmen jetzt halt wieder ein Werkzeug und heben das Sensorkabel so ein bisschen an, dass wir das da rausgezogen bekommen. Möglichst natürlich ohne dabei im Untergrund jetzt noch irgendwas zu beschädigen. Aber mit einem Rutsch ist es dann auch relativ fix ab. Befestigt ist das Kabel dann aber trotzdem noch hier mit dem Umgebungsgeräusch, Mikrofon. Das steckt da aber auch nur drin. Das heißt, man kann da mit leichter Hebelwirkung das dann auch gleich rausnehmen. Es empfiehlt sich aber, bevor man jetzt das Kabel da komplett rausnimmt, dass man schon mal das neue Kabel auspackt. Dann kann man nämlich schauen, ob beim neuen Kabel unter Umständen noch irgendwelche überstehenden Plastikteile aus der Produktion abgeschnitten werden müssen. Das kommt nämlich gelegentlich vor, wenn man neue Kabel kauft, dass da halt noch ein bisschen was Größeres dran ist, was da eigentlich eigentlich eingebaut gehört. Damit man sieht, was man da noch abschneiden muss. Und auch, worum das Kabel hier richtig eingesetzt wird. Empfiehlt er sich, das einmal daneben zu legen und zu gucken, dass alles übereinstimmt und alles da ist. Und dann gegebenenfalls da noch ein bisschen rumschnippeln und dann das alte rausnehmen und das neue halt einmal nach vorne schieben und einsetzen, sodass man damit nichts verrutscht oder nichts verdreht. Bei dem neuen Kabel von iDoc hier ist jetzt in dem Fall alles schon so auch geformt. Also dieses Kabel ist halt auch schon so gebogen, wie das Kabel hier eingebaut gehört. Das heißt, wir brauchen jetzt hier nichts mehr irgendwie noch abschneiden oder biegen. Dann nehmen wir das alte Kabel jetzt raus und dann können wir das neue Kabel auch direkt einsetzen. Passt dabei auf, dass ihr nichts irgendwie an die Kamera kommen lasst und dass da auch kein Dreck reinfällt und kein Schüppchen. Und dann könnt ihr mit dem Tool hier einfach das Mikrofon wieder versenken. Das ist so ein bisschen wie eine Niete geformt und hält dann das ganze Kabel auch schon mal an seinem Platz. Wenn das Kabel dann in Position ist, können wir kopfüber die Kamera in das Loch hineinstürzen. Auch da, wie gesagt, immer aufpassen, dass man jetzt da keinen Dreck in dieses Loch reinmacht und keinen Dreck auf die Kamera macht. Auch kein kleinstes Schüppchen, kein Staubkorn, da darf wirklich nichts rankommen. Das kann man sonst nachher im Bild ganz schrecklich sehen. Und die Kamera könnt ihr aber von hinten ohne Probleme andrücken. Das heißt, da braucht ihr dann nicht vorsichtig sein und dann einfach mit dem Finger das da ein bisschen reindrücken. Was mir jetzt aber auffällt ist, wir haben hier ein Teil über. Und das Teil gehört auf jeden Fall noch hier wieder rein. Ich werde jetzt mal im Video kurz ein bisschen zurückspulen und mal gucken, wie rum das da reingehört. Und dann wird es da noch eben wieder reingesetzt. Wenn man das vergisst, kann es halt dazu führen, dass zum Beispiel der Annäherungssensor nicht mehr funktioniert, weil der halt von den Seiten irgendwie mit Licht bestrahlt wird. oder dass irgendwas anderes nicht ordentlich funktioniert. Von daher gehört das Teil da auf jeden Fall wieder ordentlich eingesetzt. So, wo die Dichtung jetzt wieder richtig an ihrer Stelle positioniert wurde, können wir das Kabel dann auch ein bisschen andrücken. Da sind noch so leichte Klebereste vom alten Kabel und die halten jetzt auch hier wieder das neue Kabel. Wenn da jetzt kein Kleber wäre, könnte man jetzt gucken, ob man irgendwie ein kleines bisschen Kleber darunter macht. Aber das wird hier sowieso nachher von der Hörmuschel wieder zusammengedrückt. Von daher würde ich da erst mal keinen weiteren Kleber befestigen. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, dass hier dieser eine Schaumstoff an dem neuen Kabel jetzt von iDoc beschädigt ist. Das ist jetzt nicht beim Einbau passiert. Warum das jetzt so ist, weiß ich nicht. Wenn denn alles wieder in seinem Platz ist und das auch alles schön bündig schließt und da jetzt nichts mehr übersteht, sondern alles richtig schön zusammengesetzt ist, dann können wir jetzt auch hier die Hörmuschel auflegen und dann die Abdeckung über der Hörmuschel wieder befestigen. Die lange Schraube ist in dem Fall die Schraube, die oben reinkommt. Jetzt, wo wir die beiden Schrauben reingedreht haben, ist das Oberteil wieder so weit zusammengebaut, dass es mit dem Hauptteil des Telefons wieder verbunden werden kann. Dazu müssen wir jetzt zuallererst mal wieder die drei Kabel befestigen. Diesmal in der umgekehrten Reihenfolge. Das heißt, zuerst das unterste Kabel, dann das zweite Kabel und zum Schluss das Kabel, was oben liegt. Und da können wir uns auch wieder so ein Plastiktool zur Hand nehmen und damit einfach den Stecker andrücken. Achtet darauf, dass die Stecker wirklich hörbar einrasten. Wenn die Stecker nicht hörbar einrasten oder irgendwie leicht schief liegen, macht das nochmal wieder ab, setzt das nochmal neu an. Nichts mit Gewalt machen hier, das wird alles wirklich ganz einfach gehen, wenn der Stecker hundertprozentig in Position ist. Denn es ist wie gesagt ein sanfter Druck. Es macht Klack und der Stecker rastet ein. Das wollen wir auch haben dann. Und danach müsst ihr dann aufpassen, dass die Stecker nicht wieder rausgezogen werden. Also wenn ihr das nächste Kabel andrückt, kann es halt passieren, dass ihr dann versehentlich ein bisschen auf den Stecker drückt, den ihr schon reingemacht habt. Und dann flutscht der wieder raus. Und hier wirklich erstmal alle Kabel in Position bringen, andrücken. Und dann können wir gleich wieder das silberne Plättchen einsetzen. Und wie gesagt, daran denken, das silberne Plättchen, was das Ganze hier in Position hält, hat links einen Haken. Der muss sauber eingehakt werden. Ansonsten produzieren wir uns ein ziemlich großes Problem. Wenn das silberne Plättchen denn auch ordentlich eingehakt wurde und runtergedrückt wird, können wir die erste Schraube reinsetzen. Die obere Schraube ist wie gesagt die nicht-magnetische Schraube. Aber wenn ihr das jetzt nachmacht, habt ihr bestimmt alle Schrauben gut markiert und wisst ohnehin, welche Schraube wieder wohin zurückgehört. Als nächsten Schritt setzen wir dann das Akkukabel wieder auf die Platine. Das auch wieder leicht andrücken. Es rastet dann ein. Danach wird das Metallplättchen aufgelegt und das Metallplättchen mit den beiden Schrauben wieder festgezogen. Und auch hier nochmal der Hinweis, ich habe es jetzt schon so oft gesagt, aber man kann es einfach nicht oft genug sagen. Ich spreche da aus Erfahrung, wenn man halt kaputt reparierte iPhones in die Hand bekommt. Die Schrauben haben unterschiedliche Größen. Achtet darauf, die richtige Schraube ins richtige Loch zu schrauben. Beim Zuklappen ist darauf zu achten, dass man die Displayeinheit oben einhakt. Also da, wo die Kamera ist, hakt man sie oben ins Gehäuse ein und drückt dann unten, also da, wo der Homebutton ist, einfach nur leicht zu. Und achtet ein bisschen dabei darauf, dass halt da alles auch in seine richtige Führungsnase kommt und da nichts irgendwie verkantet. Und dann einfach mit Gefühl zudrücken. Und danach brauchen wir nur noch die beiden Schrauben unten wieder reinschrauben und sind im Prinzip auch schon fertig. Jetzt folgt natürlich noch der Funktionstest. Funktionstest und dazu rufe ich mich jetzt in dem Fall einfach an, höre erst mit dem Lautsprecher, ob ich ein Freizeichen bekomme und wenn ich das Freizeichen über den Lautsprecher höre, also über den großen Geräte-Lautsprecher unten, dann schalte ich den Lautsprecher ab, verdecke oben den Annäherungssensor, so dass die Hörmuschel funktionieren sollte und höre dann, ob was kommt. Oh nein! Wie wir hören, hören wir nichts. Das Sensor-Kabel war es also auch nicht, dann wird es wahrscheinlich die Hauptplatine sein. Das ist ärgerlich. Aber so ist das halt. Wenn man irgendwas repariert, man muss halt gucken, welches Teil das ist. Das Sensor-Kabel haben wir jetzt vergeblich getauscht. Trotzdem werden wir jetzt noch das weitere Prüfprogramm durchführen, ob die restlichen Einbauten, die auch per Kabel verbunden sind, funktionieren. Dazu öffnen wir einfach die Kamera-App und probieren erst mal die Frontkamera aus und die Frontkamera funktioniert. Also alles wunderbar. Und den Annäherungssensor hatten wir ja eben schon beim Gespräch getestet. Von daher funktioniert soweit alles. Naja, abgesehen halt von der Hörmuschel, das hat jetzt leider nicht geholfen. Schade. Es ist wirklich eine Krux mit diesem Telefon. Wir haben jetzt die Hörmuschel ausgetauscht beim ersten Versuch. Wir haben jetzt nochmal das Sensorkabel ausgetauscht. Es bleibt eigentlich jetzt nur noch ein Schaden an der Hauptplatine, weil die Kopfhörerbuchse kann man halt ausschließen. Damit nimmt diese iPhone-Geschichte halt kein schönes Ende in diesem Video. Ich hoffe aber zumindest, dass euch dieses Video beim Austauschen von einem Sensorkabel bei einem iPhone 5 bei euch hilft, weil da sind ja doch jetzt einige schöne Nahaufnahmen bei gewesen, wie man da auf bestimmte kleine Dichtungen und so achten muss und dass man da nichts verkantet. Das habe ich ja im ersten Anlauf nicht ganz hinbekommen, dann aber noch bemerkt und rechtzeitig gemacht und auch nicht in allen Reparaturanleitungen findet man da die ganzen Hinweise auf diese kleinen Teile, die da irgendwie verrutschen können. Von daher denke ich mal schon, dass das Video jetzt für euch irgendwie nützlich war und wenn ihr jetzt noch Teile braucht, um das zu reparieren, ich hatte es ja beim ersten Video am Anfang gesagt, also wenn ihr Teile braucht, es gibt leider von Apple keine Originalteile, das heißt alle Angebote, die ihr im Netz findet, die halt einen Originalteil bewerben von Apple, sind halt in der Regel, ja, Original-Imitat. Wenn es aber die Möglichkeit gibt, dass man halt Gebrauchteile kauft, dann kann man natürlich Original-Apple-Teile erwischen, halt von iPhones, die ausgeschlachtet werden, ist aber sehr selten, sowas habe ich noch nicht groß irgendwie jetzt gesehen, zumindest nicht im Massenmarkt und wenn ihr in Deutschland iPhone-Teile kaufen wollt, würde ich halt empfehlen, das bei iFixit oder bei iDoc zu machen. iFixit ist halt renommiert, weltweit irgendwie unterwegs, verkaufen auch Werkzeuge und alles Mögliche und iDoc hat halt den Vorteil, dass sie halt direkt in Berlin sitzen und man da auch sein iPhone hinschicken kann, wenn man mit der Reparatur selber nicht zurande kommt und es nicht zusammengebaut bekommt oder sonst irgendwas. Natürlich gegen entsprechendes Entgelt wird dann da halt angeboten, dass die Reparatur von denen fortgesetzt und abgeschlossen wird, wenn es möglich ist. Das ist natürlich ein Superservice für alle, vor allem für die Leute, die halt ja noch nicht so oft iPhones repariert haben oder das zum ersten Mal machen und dann halt doch irgendwie verzweifeln und das nicht wieder zusammengebaut bekommen. Und es ist natürlich wichtig, dass ihr halt einen Händler habt, der in Deutschland auch justiziabel ist, dass ihr dann halt die Teile da auch dann entsprechend reklamieren könnt, wenn da irgendwie was nicht mit in Ordnung ist. Denn die Sachen, die man sich so aus Hongkong direkt schicken kann, die brauchen erstens extrem lange, bis sie in Deutschland sind. Zweitens müsst ihr sie unter Umständen vom Zoll abholen und drittens, wenn das Ganze dann absoluter Murks ist, dann hat man noch ein viel größeres Problem. Von daher würde ich halt schon irgendwie auf eine deutsche Quelle setzen. Wie gesagt, ich persönlich finde iFixit und iDoc eigentlich ganz gut, aber jeder hat da so seine Vorlieben. Das nur als Hinweis, keiner von beiden sponsert mich irgendwie, von daher, ja. Achso, ja, apropos Sponsoring, ich habe jetzt dieses Sensorkabel fürs iPhone zum Reparieren bekommen, aber das ist ja ein iPhone von einer Freundin, von daher habe ich da auch keinen Vorteil draus. Das nur nochmal so erwähnt. Jetzt gibt es aber noch ein vielleicht Happy End, denn ich bin demnächst in Berlin und ich habe den Leuten von iDoc einfach mal geschrieben, Leute, ich bin in Berlin demnächst. Ihr bietet ja an, dass ihr fertig repariert, wenn man irgendwie nicht zur Rande kommt. Wie wäre es denn, wenn ich mit dem Telefon mal vorbeikomme und ihr guckt nochmal vielleicht? Vielleicht habe ich auch irgendwie einen blöden Fehler gemacht und ihr findet ganz schnell noch eine Lösung für das Problem. Von daher wird es höchst wahrscheinlich noch ein drittes Video geben, wenn die Leute von iDoc mich filmen lassen bei sich da im Office und von daher sage ich, ich hoffe, dass das Video irgendwie hilfreich war für euch und bis zum nächsten Video.